Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Magica 2. Ich wurde von einem random neutralisiert. Ja, wir haben einen dritten Niner mit drin. Ich bin sowieso gespannt, wie wir das jetzt reinziehen. Der wird schon gut sein. Muss der Pro sein. Der kennt bestimmt alle Secrets. Oh, der Biointopf nicht gut. Oh Gott. Oh. Na gut, ich dachte schon. Ja, wie gesagt, der Mr. Militzenz ist wieder übrigens dabei. Darüber kamen wir jetzt gar nicht, dass ich das sagen konnte. Und Mr. Ich hab den irgendwie vergessen, wie der heißt, aber der ist sowieso nicht mit im Discord. Stimmt's? Ja, das ist richtig. Der ist der Kushi. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist das echt gar mit dem Spiel her. Hast du das schon mal durchgespielt, oder was? Ja, ich hab das schon mal durchgespielt, gespielt. Aber das ist eine ganze Weile her. Also, das ist nicht mal Autistik-Screeching. Ich weiß nicht, welcher ich bin gerade. Ich weiß nur, ich bin tot. Wenn magnetische Tode übrigens immer noch an sind. Ja, aber magnetische Tode sind toll. So, haben wir den gerade, was steht denn hier? Dieses Feier-Symbol bietet nicht von dem Fest, äh, bitte nicht von dem Fest niederbrennen. Sonst kriegen wir keine schönen Sachen. Oh, du bist aber ganz böse, bist du. Was macht der da? Ja, ist ja okay. Gut, wollen wir mal weiter? Ja. Dieser Thron aus lebendigem Stein. Also, es ist gut. Ach man, ich kann nicht mehr lesen. Ich lese nur noch falsch. Das Problem ist, dass hier der Random-Typ, den wir drin haben, nichts davon weiß, dass wir aufnehmen. Was juckt es denn? Ja, nicht, dass er meint, wir sind so richtig langsam und so, deswegen. Ich versuche wieder zu kommen. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Ich bin tot. Okay, den beliebst du wieder. Danke. Danke. Das wollen wir gar nicht wissen, oder? Ja, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall, ähm. Ist doch wieder da. Ja. Die absorbieren meine Sache. Der ist immun gegen Blitz. Das habe ich dann auch gemerkt. Wer für ein... Ach, komm. Ach, du bist ja krass drauf. Ja, der ist ein bisschen geflogen. Stab, oh, Stab aus Helviti, okay. Nichts springen. WTF? Warum hat er dich jetzt gekillt? Ich weiß es nicht. Enormer Bonus zu Feuertodes und Dampfzaubern. Oh, cool. Ich wollte nicht rein, hast du gesehen? Ich bin einfach wieder zurückgelatscht. Traut's dann. Oh, warte mal, ich habe mal ein Controller angeschlossen. Lass mal gucken. Ich meine angeschlossen. Ah, okay, der ist nicht... Doch, ich habe den Emulator. Funktioniert das? Ich habe einen Emulator nicht an, deswegen geht's nicht. Hm. Springen gestattet, lol. Deswegen springen die ja auch. Komm, wieder. Ja, aber deswegen fliegen sie ja die ganze Zeit. Äh, nicht fliegen, meine ich. So, springen. Bisher bin ich denn jetzt schon. Danke. Ich kann ja nicht angreifen, weil immer jemand im Weg steht. Steht da? Ich wollte schon sagen. Ich dachte, der ist jetzt AFK oder so. Hier ist nichts. Ja, das ist so ein Mehrspieler-Puzzle. Ein FX-M. Au, au, au! Was stand da jetzt vorhin auf dem Schild? Ja, toll. Die Frage ist nur, was daran jetzt genau ein Puzzle ist. Nicht so. Ja, ähm... Das ist die Frage. Müssen wir jetzt hier alle stellen? Kannst du mir damit... Kann man damit nichts mehr anzuholen? Die Frage ist... Oh, hat das jetzt geklappt, oder wie? Ha. Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter, oder? Ja, ich müsste gucken, was man da... Wie man die macht, weil... Ich weiß nicht, was daran Mehrspieler ist. Ja, der eine ist... Gegen Blitze war das, sagtest du, ist der, ne? Ja, der ist im Mund gegen Blitze. Dementsprechend ist der natürlich empfindlich gegen Stein. Gegen das Rote aber auch. Der ist... Ja, mir fällt der Name dazu nicht mehr ein. Ähm... Hab ich das gerade? Ähm... Verursacht? Nein, ich bin schon wieder tot. Weil ich nur auf den Großen... Weil ich auf den Großen geachtet. Du bist der Einzige, der übrigens noch, genau. Wo bin ich? Wiederbeleben. Ich laufe jetzt gerade mal nur her. Ja, ja, ok. Ja, ok. Sag mal, macht der andere nichts, doch. Ich wollte schon. Ich werde sterben. Doch nicht. Ich bin tot. Glaube ich. Ja. Ich bin der Einzige, der übrigens noch lebt. Und jetzt? Das ist... Hm. WTF? Fucker. Mhm. hier kommt keiner mehr durch ist erlaubt er oder wo es zu dem zauberer zum hängen feuerblitze und hoch und zerbeirat Nein, 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 das ist der einzige, weil wir uns nicht mehr, äh, nicht mehr retten konnten. Oh, mein Gott. Jaa Gott! Yeeeey! Bussch! Bum 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 Also irgendwie rasen wir hier in diesem Level eher durch, kann das sein? wir sind auch zu drüben oder ist schon es Zlo er möchte ich den Ernst Fros aber er hat Haha! Jäbe klinge dunkel doof. Jäbe peeping tom framää! DISPlla! Nein! Aha. No one. Wieso das ist tief? Ja okay das kann man noch zerstören. Nein! Ja danke! Wenn er es schon nicht macht, mache ich es. Ignorieren wir diese Gegner gerade jetzt einfach. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder tot? Nani? Warum? Nein, du Idiot! Zerbindu. Nicht wahr, oder? Was zum Henker? Bitte, bitte, er hat das Spiel verlassen. Sehr gut, er hat das Spiel verlassen. Ja, aber diese Fäde, ähm. Ja, auch guter Respawn auf jeden Fall, würde ich sagen.